Hallo meine Golf-Lines, willkommen zu Handschaudern. Heute spiele ich zusammen mit Rasa. Seinen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es war eine sehr, sehr spannende Runde, das sage ich euch gleich. Sehr intensiv würde ich mal sagen. Und ja, ich werde nicht lange schnacken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dass du sie wegschmeißen kannst, dass die Sparks erschienen. Um verwirrend zu stiften, genau. Das hat mich sehr geprägt. Aber wenn die Aufnahmen nicht so kacke wären, hätte ich das so als Short hochgeladen. Aber ja, wer sagte nein. Hat's geknallt? Wo hat's geknallt? Irgendwo im Süden. Okay. Komm mal rein. Na, gehen wir mal zur KSG wieder. Ja. Ich sollte nur mal gucken, ob der Krunt wegen uns gechiggert war. So, ob da jemand kommt. Was ist das? 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 Ja, ich glaube beim Boss sind schon welche Hier sind noch welche gespawnt Ja, auf die Ping. Hallo, spring. Danke. So, uns laufen welche. Habe es doch richtig gehört. Das habe sogar ich mitgekriegt. Ich wusste nicht von wo. Laufender war ich schon Stanley. Oh, was? Wo kam der jetzt her? Hat Hit einmal. Der ist dahinter irgendwo. Da oben ist der andere. Da oben? Hat Hit. Down. Okay. So, und das da hinten war eine Weird Sister. Ich habe hier nicht mehr. Sparks. Sparks und Handarmbrust. Okay. Vielleicht kriege ich Teilmantel Schaden. Bitte. Du musst du nur treffen. Ich sehe aber niemanden her. Wo hat er sich versteckt? Ich glaube, da vorne hat sich eh... Nein, weiter rechts. Hier irgendwo. Da hinten. Ich schmeiß' einen Käfer drauf. Ja, mach das. Da hockt sie. Habst du den Käfer getroffen? Ja, ich habe auch mit Teilmantel gebrochen. Dort. Sehr schön. Ist dort. Sehr schön. Oh, wo war denn der andere jetzt nochmal? Nein, ich stehe. Irgendwo obendrauf, wenn wir da hier... Soweit hinten war der? Ne, das war glaube ich... Ah, ne, da vorne. Ah, da liegt der. Ah, okay. Okay, da ist schon Party. Das nächste Team, ja. Oh. Und hinter uns. Ah. Aber... Hat Hit. Down. Okay, cool. Ist die Frage... Ist da noch einer? Bestimmt. Ich heim mich mal kurz hier. Ja, ja, ja. Macht das auf jeden Fall. Wo ist denn der, wo du? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ah, da. Ah, die Weird Sister. Ah, die Weird Sister. Moment, halt mal. Ich seh hier niemand. What? Da lebt noch jemand. Da lebt noch jemand. Ja, die Weird Sister ist auch wieder down. Aber die gehört nicht zu dem. Also... Also... Warte mal. Das hier wird der... Oh, aua. Oh Gott. Wo ist denn da jetzt noch jemand? Was? Ich hab Schritte bei mir? Ja, ja, ja. Pfeil und Bogen. Aber... Kommen die mit dem Katana auf mich zu, ey. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob... Das sollten jetzt aber alle gewesen sein. Natürlich viele waren das jetzt. Ich hab jetzt irgendwie... Insgesamt vier. Die Weird Sister wurde wieder aufgestellt. Jetzt sind es insgesamt vier. Ein, ja, 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 ja. Lackbogen und Katana. So, hier liegt der eine? Ja. Was? Kein Medipack? Für mich? Du beziehst da jetzt schon wieder. Ah, da. Er kriegt auch grad kein Medipack raus. Von denen. Ja, das hatte ich gestern auch. Oh, sorry. Nichts passiert. Ein bisschen versorgen. Na, ich brauch schon Munition. Brauch'n Boss ziehen. Ich würd mal gucken, ob ich vielleicht kurz reinrennen kann. Ne, ja, ja, ne. Wir töten den schnell. Ja, dazu. Oh, das ist ne Hive. Ich hab eben gedacht, da gucken. Ist aber grad erst gespawnt, ne? Also, der ist... Oh, bitte, ist er weiß. Ja, Boss ist weiß. Sehr schön. Ich hab mir jetzt ne Ausdauerspritze rein. Ich mach das. Ich schlag's mir auch erstmal normal drauf. Ich hoffe, dass ich gleich mir das P.O.P., äh, mit der Dings draufballern habe. Ne, ne, ne. Erstmal, erstmal nochmal. Nur damit töten wir einfach am Ende. Wenn du ne Axt oder n Hammer oder so findest, könnte ich es schneller machen. Da kommt ein Team. Aber es ist noch weiß. Ja, ja. Die haben von... Ja. Von dem Hochsetz. Drüben. Lass dich da gar nicht auf ne Schießerei ein. Wir müssen heilen hier. Ist noch weiß. Hab ich keine Heilung mehr. Hier liegt auch immer ne Spark-Sniper rum. Okay. Ist immer noch weiß. Das ist bestimmt so ein Solo-Sniper oder so. Was man White-Shirt auf den Fall. Oh Gott, der Weg ist ja zu. War noch weiß. Du setzt doch nicht alles in Flammen, du Honk. Aber, oh Gott, ich sterb gleich. Komm runter, komm runter. Oder gehe ich mit Platzwerken raus. Jetzt ist es rot. Ist stimmt mir jetzt, doch hin? Ah, jetzt wäre ich klingel gewesen. Passt schon, alles gut. Schau. Oh Gott. Die Frage von Bro. Rot war schon? Ja, ja. Das war rot. Flieg mal kurz mit dem Käfer. Ja, guck mal. Der Heifert ist noch gechillt. Der Schuss kam von Südgetresst. Südgetresst. Ja. Hier hinten ist er drin. Da hinten läuft er. Ist jetzt genau hier. Ja. Hattest du abgeschossen, ne? Ja. 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 Bist du. Der hat auch einen Käfer. Der ist gerade mir vorbeigeflogene Käfer. Hat er mich nicht im Fenster gesehen? Ja. Wahrscheinlich schon. Aber... Hast du eine Falle hingeschickt? Ja. Da war der Käfer gerade an dem Fenster. Und wo schießt die denn jetzt? Oder wer schießt denn da? Von Rüden. Da ist glaube ich drüben in dem anderen Haus drin. Dann. Und unten 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 unten. So, gib mir den Trophäe her, danke. Ja, es sind zwei Stück, beide Süd-West-West Richtung. Süd-West-West. Also da die Richtung. Komm ich am besten nochmal raus, wa? Gucken wir mal. Ja. Eine müsste da im Fenster sein. Der White Shirt hat Hit. Sind beide White Shirts. Ich weiß nicht, ob ich getötet hab. Ja, ja, okay, cool. Töt mal bitte die Halt. Wo ist er dann? Ja, der wird jetzt aufstellen. Stimmt zu schreien. Ja, hat aufgestellt. Der andere hat Hit, hinten an der Mauer. Ja, ja, ich hab's auch grad gesehen. Der ist jetzt da hinten. Der andere ist mehr links, also auch hier so. Ich weiß aber nicht, ob hinter der Mauer oder hinter dem Felsen. Das kann ich jetzt grad nicht so. Ja. Jetzt beide rechts hinter der Mauer. Okay. Gute Idee, das Fass zu springen. Warum? Auf dem Felsen. Da hinten. Da hinten. Hup. Da kann ich halt nicht. Ich treff halt nicht, ne? Hup. Ja. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten dran. Ich hab mich getroffen, schade. Da hinten ist einer. Der andere ist links von mir. Ich hab keine Sekunden mehr. Oh, nudge. Der andere ist da irgendwo. Ich zieh mich mal kurz zurück. Ja. Ich hab's auch nix mehr zum werfen, leider. Und da, was ich hier? Dzwang wir mal kurz zurück. Ich hab's auch nix mehr. Dzwang. 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 Okay. Dzwang. Dzwang. Oh. 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 Hinter der Mauer, oder wo? Weiter im Wald rein Ich geh links lang Fuck Musst dich heilen Ist grad allein Eine Sekunde Ja, da rechts ist der ein Getroffen, blutet Appen Sehr gut Einer noch Ich hab glaub ich hier bei mir Schritte gehört Ja, der ist auch bei dir Richtung Westen von uns aus Irgendwo Ich muss dich erst heilen, gib mir eine Sekunde Jaja Da rennt er Hat Hit Oh Oh, okay Uiuiui Eieiei Ja, dann würde ich sagen Äh Auf zu Auf zu Ja, ja Wird da nicht gemacht Ja, genau Die war das vorhin Es wurde ja am Anfang schon geschossen Kann sein, dass wir alleine sind Aber ich bin nicht aktuell neu drauf verlassen Ich guck mal kurz Nö Nö, ich sehe niemanden Ich muss noch die ganzen Versorgungswegen abklappern Ich habe keine Munition Ja, ja, ja Von uns ist glaub ich keiner von uns gestorben oder? Du einmal Mach du ja nicht Oder? Ich kann mich nicht daran erinnern Nö, 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 nö Es war einmal sehr knapp Ein Swimmer Ja, stimmt Aber gestorben ist so nett Ne Ja, cool Einfach ein Träumchen Das war eine schöne Runde Mhm Müssten auch einige Kills gewesen sein Mhm Schlopp 7 Äh, 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 8 Ich hab keine Ahnung Wer bietet mehr? Ja Doch, ich bin einmal gestorben gegen diese Nonne Mit dem blöden Katara Es gab eine Nonne, 8 War das eine Nonne? Ich weiß gar nicht War das eine Nonne? Äh Ah, der eine wurde wieder aufgestellt vom letzten Team Stimmt Okay So, dann hoffe ich mal, dass die Folge euch gefallen hat Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare Lasst gerne ein kostenloses Abo da Und über einen Daumen nach oben Würde ich mich auch sehr, sehr freuen Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder Ciao